Hallo und herzlich willkommen zu einer letzten Welt, ich weiß, es war eine lange Pause, aber es gab Komplikationen, es war eine Pause auf Deutsch und alle, wo wollen wir mit den Spielen gehen, zählst du und fühlst dich vor, aber ja, möchte ich nicht weiter machen, weiß ich auch nicht, kein Bock mehr, ah ja, guck mal ein neues Spiel, vielleicht kommt die ja weiter, ja weiter, blablabla, auf normal natürlich, guck mal mal, es geht los. Yo, 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 eine der beiden Erlebnungsspiele fand ich schon, also da haben sich die 7.50 Uhr schon gelohnt, aber jetzt haben wir mal der spannenden Story zu. Eroberung. Die Geschichte der Menschheit. Seit undenklichen Zeiten sind große Führer aus ihren bescheidenen Anfängen aufgestiegen um. Sach was. Und genau so war das auch mit den Third Street Saints. Seit der Eroberung Stillwaters hat sich die einst kleine Staatsanwander zu einem Medienimperium entwickelt. Ein Saints-Film ist derzeit in Planung. Johnny Gat und Sean D. sind die Cue in der Popkultur und Pierce. Scheiß auf, Pierce. Inzwischen bewegen sich die Saints auf einer großen Bühne und jede kriminelle Organisation will ihre Krone. Es war somit nur eine Frage der Zeit, bis sich einer von ihnen die Saints vornehmen würde. Duh, 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 Duh. Duh, 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 Duh. Duh, 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 Duh. Duh, 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 Duh Ich bin ein Method-Aktor. Wenn ich ein Saint spielen mit einer Art Emotional-Truth... muss ich es realisieren. Dress mich, Burke. Das wird realisieren. Du robbst einen Bank, wie dich selbst. Hell ja. Wer will noch nicht sein Johnny Gett? Ultra-Post-Modernismus. Ich liebe es. Ich bin cool mit der Saints-Movie. Aber haben wir wirklich einen Mannschaften-Aktor gemacht? Cut Josh some slack, he's just researching his part. Ja, ich hoffe, er hat einen Wettbewerb. Okay, Leute. Niemand bewegt! Niemand dies! Sorry, Jumps is blind. Können wir, uh, gehen wir wieder? Du alle kennenzulernen. Kann ich eine Bildung mit dem Boss? Say sleaze! Get in line, bitch! Hey! Don't be a dick! Would you call yourself gangbangers? You're a bunch of pussies! We should be all up in their shit like... Fuck! Oh, that's different. Und jetzt geht es schon mal los. Gucken wir mal, ob es toll wird. Die Schießerei töten. Das wissen wir ja schon. Mit nem süßen Kopf. Zack, zack, zack. Und jetzt geht's nicht mehr los. Ähm, wir werden sterben. Was ist passiert? Wenn ich meine Hände stöhnen? Hey, hey! Das sehen Sie wie Spritz zu dir? Alright Leute, wir sparen den Boss. Haha, egal. Los, los, los! Ich bleib bei da. Beim Maschinengewehr. Oh, fuck, 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 fuck. Gut, 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 gut. Rennen wir mal. Shotguns? Oh, yeah. Haha, sind so übertrieben, die Moves auch egal. Die sind geil. Und weiter geht's. Okay. Okay. No way we're cracking this thing. Ready for plan B? Yep. Josh, come over here. Got the tools right here, Holmes. So, uh, what's plan B? Huh? Drill it. Fuck no. We blow. What? Not cool, man. Time to work. We need to send those above the ball. Hey, I think we've got company. Looks like they're coming in from the lobby. Let's get them. Mr. Andy. Why? We need to tell. Oh my god, you're the same. You have to send this for me. Hey, thanks for saying. Hey, Josh Burke. Don't be starstruck. I'm very approachable. You want me to sign your breasts? Uh, no. That's all right. Yeah, you know. Bye nightlight on DVD. Du bleibst hier. Für die Ausgaben kriegst du noch ein Geschenk. Bop. Dup, 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 dup. Das war ich nicht. Erstmal platzieren. Ich glaub, wir bekommen Gesellschaft. Hey, Leute. Wir haben den Helikopter. Wir haben den Weg gefunden, um den Ball zu öffnen. Nicht tauschen! Josh! Versuchst du, uns alle in die Abenteuerung zu bekommen? Was? Ich will nicht so ein Mann sein. Hatsache. Schau mal bei mir. Hatsache. Hatsache. Stimmt. Von Malmögen. Es ist auch immer noch ein Mann. Wie sind die Abenteuerung zu verstehen? Wenn ich nicht so ein Mann sein kann, Mögen? Diebox stand. Ja. Yo, mein Mann. Was? 8 ach der lebt noch Zieg das Uhr nachlaufen sagt Sachmaschus den auch noch genau auch noch ein bisschen leichter Spiegel glaube ich bis auf schwer stellen da ja egal einsatzschilder da noch welche oder scheiße zack 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 jetzt geht es los jetzt ist der trisor gequipnet genau solche haken da stehen über der erde m woher man das weg geschwinkt hat Na ja, Gott. Okay. Ach, ne. Go, 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 go. Zack, 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 zack. Massaker. Zack. Zack, 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 zack. Das ist Kampfhubschrauber, ja, unglaublich. So verdammt logisch, aber egal. Ist Sainsaw, da muss es nicht logisch sein, ne? Zack, zack, zack. Wie viele Polizisten hat die Stadt eigentlich? Noch mal Positionswechsel. Wollen unendlich mal reziehen, ne? Oh oh. Niemals. Go, 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 go. That's right, don't fuck me. No, 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 no. Oh yeah. Oh, shit. Respekt. Ja, ja, das war schon mal der Anfang. Und man sieht schon, wenn man anfängt hat das schon echt krass, ist eigentlich schon ein bisschen übertrieben, aber auch schon krass, ne? Aber so muss das halt sein, ne? Anders geht das nicht. Wenn man GTA, wenn man z.B. GTA 5 und so weiter hat dann gleich, dann ist halt ja was anderes. Was machen wir mal? Boah. Das sind einfach mal eine Frau. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Wie schlecht und weiblich, ethnische Missnatürlich, was bin ich? Ich bin schwarz glaube ich mal. Oh. Sieht ja schon besser aus. Ne. So dins ist ja auch so. Ne, warte mal. Ganz normal. Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, nein, kein Unterschied, aber egal. Sex Appeal. Haben wir Sex Appeal? Ich würde mal sagen. Ja, Mann. Gesicht. Merkmale. Ne. Oder? Ne. 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 Es ist so Gesicht egal, Kopfhörer und die Haare sind schon wichtiger. Das sind die Refs of Fahmi. Ja, Mann. Ja, Mann. Ne. Mund, Lipgloss. Er will die Froh nicht küssen. Keine Ahnung, ich mach mal einfach irgendwas. Persönlichkeit. Persönlichkeit. Ne, wir geben da schon ne richtigen Stimme, glaub ich. Aber ich glaub, Sommi... Der geht hin. Kompliment. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Hiermit machen wir mal ne Pause. Und sehen uns im nächsten Teil. Schau. 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 Schau.